Hallo zu einer neuen Einzelmission. Ich befinde mich über dem Guadal-Kanal, oder wir sind zumindest in einer Nähe. Unsere Aufgabe wird es sein, zerstöre die feindlichen Fahrzeuge, bevor diese offenes Gelände erreichen. Klingt vielleicht jetzt nicht so dicke. Unten wird jetzt angezeigt, das sind so LKWs oder so. Das stimmt nicht ganz, denn da gibt es auch Panzerwagen. Und die sind echt schweineschnell. Von daher vielleicht maximalen Schaden anrichten, wenn es geht. Wurde ich schon getroffen, dann geht er schon gut los. Seit mir, da. Ich bin zu schnell. Gut, okay, und das scheint hier der ganze Weg zu sein. Ich hoffe. Oh, was ist mit dem los, ey? Seht mir aus. Oh, was ist mit dem los? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020